Grundmann, 33 Jahre alt. Thaddeus hat er angespannt. Den er auch heute dieses Jahr schon in Bühl gefahren hat. Und Rack 3 konnte er dort belegen. In der 2-Sterne-Prüfung, in der 2-Sterne-Prüfung, auch im Spiel mit Garino von RR, konnte er sogar bewegen. Und die größte Errungenschaft, oder das beste Ergebnis für ihn, war die Weltmeisterschaften in Haraldepaar 2021, Rack 5 in der 1-Sterne-Prüfung, weil er da war. Und Rack 4 mit dem Bühl. Lisa Baritischer besteht die Prüfung mit der Fahrt durch das 8.